herzlich willkommen zum online kongress the vision revolution summit lebe deine vision 2020 das ist mein mann sönke hansen kohlhepp hallo und das ist meine wundervolle frau sabine kohlhepp wir beide sind die kongressveranstalter und wir dürfen euch heute hier im interview einen ganz ganz wundervollen menschen vorstellen einen sehr kreativen künstler einen rapper ein speaker ein autor ich weiß gar nicht was man noch alles nennen darf toller musiker songwriter mit wundervollen texten die wirklich ans herz gehen die tief berühren wir dürfen hier herzlich begrüßen seom herzlich willkommen vielen dank für die einladung was für ein intro jetzt bin ich ganz geflasht vielen vielen dank ich freue mich auf ein schönes gespräch mit euch und das thema passt ja wirklich wunderbar deswegen kann es nur inspirieren werden schön also wir haben uns ganz ganz dolle darauf gefreut und dass du auch zugesagt hast weil es ist nicht immer schwierig so wundervolle experten für einen kongress zu bekommen und wir sind da wirklich ja ganz happy weil es passt auch dieses du lebst deine vision und du hast auch so schön beschrieben bei dir du wirkst im zeichen des guten und deine texte die bewegen diesen mitfühlend das letzte lied was ich mir angehört habe war licht du hast wunderwundervolle texte die ganz ganz tief gehen unsere fragen jetzt so an dich sind wie hat dein weg angefangen weil viele menschen momentan die da draußen sind befinden sich gerade in der aktuellen situation in so einer findungskrise in so einer sinnkrise die wissen gar nicht wer sie sind die wissen nicht was wer bin ich was passiert gerade hier und hat mein leben überhaupt noch einen sinn oder was ist der seelenplan und ich finde und vor allen dingen viele geben viel zu leicht auf das ist es auch eine herausfordernde zeit und du hast so schön beschrieben wie wichtig es ist dran zu bleiben würdest du uns bitte von deinem leben erzählen wie dein leben damit angefangen hat und wie du diesen weg gegangen bist weil das brauchen die kongress teilnehmer sehr gerne ich glaube um das vorab zu sagen dass die lösung darin besteht dass wir uns in erster linie entspannen und dass wir die welt nicht oder die berge die sich vor uns erhoben haben nicht an einem tag verschieben müssen und dass wir dennoch täglich in bewegung bleiben dürfen und das wurde auch so zum credo meines lebens dass wir also nicht aus dem jetzigen moment der stadie wo wir uns vielleicht deplatziert fühlen sei es in beziehungen im freundeskreis im beruf im umfeld dass wir uns nicht von heute auf morgen komplett wandeln aber dass wir uns jeden tag bewusst entscheiden einen schritt in die wandlung zu gehen und das kann manchmal ein sieben meilen stiefel schritt sein und manchmal eben nur ein kleiner schritt der patientin ist aber dass wir eben nicht aufhören diesen weg zu gehen und die entspannung ist deshalb so wichtig finde ich und das durfte ich über viele jahre hinweg lernen weil das leben sich entfaltet in einer unglaublichen schönen leichtigkeit man erkennt es bei blumen die sich entfalten man erkennt es in der natur die die blume entfaltet sich zur schönstmöglichen form ihrer selbst wie eine löwen sich eben auch zur schönstmöglichen form ihrer selbst entfaltet und wir haben als einzige wesen den nachteil dass wir darüber nachdenken dass wir uns damit so krass selbst im wege stehen oft in unserer entfaltung und ich glaube wenn wir uns wieder in diese naturgegebene entfaltung in dem prozess hinein entspannen dann verstehen wir dass es doch viel leichter sein darf als wir es uns manchmal vorstellen im sein zu sein einfach nur zu sein das zum einen aber auch dass die entfaltung ein naturgegebener prozess ist ich meine das deshalb oder ich betone es deshalb so wichtig weil da draußen so viele menschen von dieser selbstoptimierung sprechen und und auch jugendliche und junge erwachsene in diesem instagram facebook vergleich stehen immer mein leben ist nicht schön genug ich bin nicht durchtrainiert genug ich bin das wenn das leben dafür sorgt dass sich alles immer perfekt entfaltet in den zyklen der natur dass die planetenbahnen in balance gehalten werden und all das funktioniert dann dürfen wir darauf vertrauen dass das auch für uns gilt und wenn wir das beherzigen und zugleich jeden tag einen schritt gehen dann ist für alles gesorgt und das cool war dann wird es leichter dann wird es schön und das habe ich lange nicht verstanden so ja und zu meinem weg also ich möchte es kurz fassen weil es würde sonst wahrscheinlich die gesamte interviewzeit sprengen wir gehen gerne auf details ein also der der vielleicht wichtigste punkt oder transformationsprozess war schon als ich fünf war das ist oder sechs es war so dass meine eltern in ja ganz klassischen berufen waren mein vater war bankkaufmann meine mama war versicherungskauf und dann wurde meine mam schwer krank jetzt haben sie fast aufgegeben haben gesagt ohne schwere medikamentöse behandlung wird sie nicht weiter leben können und dann kam ein heiler oder mehrere heiler in das leben meiner eltern und meine mutter lernte in sehr kurzer zeit sehr intensiv meditation und wurde mit chakra energie massagen und zusätzlich mit naturheilverfahren behandelt und kurzum das was die schulmedizin über jahre nicht geschafft hat hat die selbstheilungskraft in verbindung mit diesen methoden innerhalb von wenigen wochen bis zwei monaten geschafft und meine mam war geheilt und dann haben meine eltern gesagt sie sie möchten das was ihres leben gerettet hat selbst lernen weil das einfach alles verändert hat und dann sind sie auf seminare gegangen und haben sich fortgebildet jedes wochenende und da war ich vier bis zehn in dem alter ungefähr und in diesem zeitraum habe ich jedes wochenende natürlich den weg mitgemacht also war mit bei den seminaren klar und habe meditieren gelernt und den lichtschutz gelernt und und fußreflex zu massagen bekommen und dann eben mit ich glaube acht war ich hat meine mom sich selbstständig gemacht hat eine praxis aufgemacht für als meditationslehrerin für die inkarnation schakra energie massagen und ähnliches und mein vater ist heilpraktiker geworden ist heilpraktiker personal coach und psychologischer berater geworden und so haben sie praktisch das was ihnen das leben gerettet hat selbst gelernt und als ich dann knapp zehn war war diese transformation diese metamorphose vollzogen die alten jobs waren nicht mehr da sie waren komplett neu wenn du so willst und ich habe deshalb völlig naturgegeben mitbekommen also für mich war das du musstest mich nicht überzeugen kind meditier doch mal weil ich habe ja gesehen dass das leben rettet also das war für mich natürlich in diesem alter gold wert weil dir weil der wirkungsgrad dessen was da passiert ist halt sofort erkennbar war und so kam ich zur spiritualität und so war also für mich das was völlig normales und was völlig alltags nahe ist wenn du so willst und dann habe ich mit mit zwölf jahren die musik für mich entdeckt und ich habe ich habe rap entdeckt und habe das geliebt und habe gespürt wow genau das will ich tun und dann verknüpften sich diese felder einfach so die die spiritualität und die musik und dann habe ich angefangen texte zu schreiben musik zu machen mit mit 14 so wirklich intensiv und und ja mittlerweile mache ich das seit über 20 jahren habe über 20 alben auch gemacht also mein 21 ist das produziere ich gerade habe zwei bücher geschrieben in der zeit habe mittlerweile auch viele seminare und so gegeben dass denn die liste vorhin cool vorgelesen ja und ja ich glaube was wichtig zu erwähnen dass ich habe eben oftmals mich selbst limitiert weil ich meinem umfeld und damit meine ich weniger meine eltern sondern meine lehrer andere bezugspersonen die gesellschaft weil ich denen geglaubt habe habe ich mich sehr oft limitieren lassen ich habe nicht an meine kraft geglaubt in der zeit von der ich jetzt spreche ende der 90er war ja auch hip hop in deutschland erst mal gar nicht existent und wenn dann als was wirklich bescheuertes verrufen wenn du so willst also das war so da gab es jetzt nicht wirklich akzeptiert auch nicht das hier so abgetan so genau und da doch mäßig auch nicht durch das setze ich nicht durch gangsta und ja genau setze ich nicht durch haben wir immer gehört nicht so nicht so nicht so nicht so konform fähig ja genau und man muss dazu sagen es gab ja zu der zeit auch kein youtube kein facebook also all diese möglichkeiten wo man praktisch in die welt kommen kann um selbst bekannt als wenn die gab es ja nicht also ohne großen plattenvertrag hattest du keine chance als musiker das was aus dir wird und so haben mir das natürlich auch alle lehrer gesagt so das bedeutet ich hatte in musik auch eine vier oder in deutsch oder in kunst und das ist so paradox weil alles was ich jetzt tue beinhaltet ja diese fächer das heißt ich hätte in all den fächern eine eins haben müssen wenn ich nach dem gehe was ich heute beruflich mache und das hatte ich aber nicht und demnach ist natürlich der glaubenssatz etabliert worden dass ich von dem nicht wirklich leben kann und dann habe ich das gemacht was viele machen ich habe alternativen gewählt und habe kompromisse gemacht und kompromisse ich wurde erst erzieher dann war ich einzelhandelskaufmann dann hatte ich meinen eigenen laden und war da super unglücklich und zum schluss habe ich mich immer wieder entschieden meinem herzen zu folgen und wenigstens mehr von dem zu tun was in etwa der berufung entspricht ja zuletzt habe ich mir dann eben die frage gestellt was was macht am meisten freude wenn es schon nicht die musik sein darf und dann kam eben mit menschen zu arbeiten mit sprache mit gesang mit rhythmik und dann habe ich mein staatsexamen als logopäde gemacht und das war dann die dritte ausbildung war schon mitte 20 dadurch dass ich ausbildung nach ausbildung gemacht habe und nie lang in den berufen gearbeitet habe habe ich nie geld verdient und 20 alben also ich habe 15 alben erfolglos produziert jahr für jahr album für album und das kostet natürlich viel geld das heißt ich war mit mitte 20 hoch verschuldet und es war nicht leicht also es war wirklich ein harter weg bis dahin weil ich eben auch sehr sehr ja husteln musste also sehr wenig geld hatte und und nie das gefühl hatte wirklich anzukommen und auch manchmal das gefühl hatte ich bin der einzige der in diesen traum glaubt und dann dann war ich logopäde zum schluss und als logopäde habe ich dann gearbeitet und hatte einen patienten und das war so der große schiff der war millionär und der hatte mich irgendwann gefragt warum ich mich nicht selbstständig mache mit einer eigenen praxis und ich habe ihm erklärt dass mir dafür das geld fehlt und die mittel und er sagt ja ich gebe ihnen das kein problem ich glaube an sie so ein guter logopäde ich gebe ihnen das als zinsfreies darlehen wenn man so will und hat gefragt so was für das kosten habe ich so überschlagen ja um die 50.000 euro vielleicht und er sagt ja kann ich ihnen geben und um mich herum sagt man hat alle macht es dass der beste weg gesellschaftlich anerkannt und so und ich kannte das schon weil ich zuvor als ich im einzelhandel gearbeitet hatte ja auch einen laden bekommen habe und da habe ich diese abzweigung schon mal genommen und wurde so unglücklich wie gerade angeschnitten habe ich hatte das gefühl völlig ja mich selbst meines traumes betrogen zu haben und als dieser patient mir das angebot machte und alle um mich herum sagten macht es spürte ich wieder dass ich an derselben gabelung stehe und dass ich scheinbar vom leben an die gleiche stelle gesetzt wurde nur was vorher der laden war war jetzt eine logopädische praxis und nur weil das lukrativ ist und nur weil das gesellschaftlich anerkannt wäre eine praxis zu haben und man damit viel geld verdienen würde wusste ich aber das ist nicht der weg und es kostete mich so viel mut gegen all die meinungen im außen zu sagen so nee ich möchte nur musik machen und du musst verstehen ich hatte noch keinen plattenvertrag das heißt alle habe ich für verrückt erklärt mein vater sagte kind vertraue auf gott aber pflanzt kartoffeln an das habe ich nicht gemacht und ich habe dann das angebot abgelehnt unter unter wirklich unter den den blicken der menschen die alle sagten du du bist wahnsinnig du bist verrückt das kannst du nicht machen und das spannende ist und das wurde so zum mantra meines lebens ich sagte gibt nicht auf und ich hatte 2004 einen song geschrieben der hieß gibt nicht auf und der war im internet und nachdem ich das angebot abgelehnt habe in dem tiefen vertrauen dass ich von meiner musik leben werde und meine vision kreieren werde hat sich hat sich eine plattenfirma gemeldet bei mir und hast du losgelassen ja exakt und ist dieses loslassen dass das öffnet ja wieder die türen und wenn du diese ganzen drei jobs die du gemacht hast die hast du was ja nicht irgendwie mit herz so dabei das hast du ja irgendwie vielleicht auch zu überbrühen gemacht das ist aber nicht das was du was deine seele richtig wollte das ist ja das was deine seele will und dann ist auch der erfolg nachher wenn du das loslässt was dich ja so so festhält das stagniert dann ja in dem moment ja und das gefühl war auch zu stark so du musst jetzt dem universum oder gott oder wie du es nennen willst dein beweis erbringen dass du den mut aufbringst alleine diesen weg zu gehen ja und das spannende ist ja ganz oft wird uns ja erzählt auch in den spirituellen büchern geht den weg deines herzens und das leuchten und das schön und nur dass wir geredet haben das wirkte erst mal nicht so also ich stand an dieser gabelung und der weg des kopfes also die logopädische praxis der war solide der sah leuchtend und schön aus und gepflastert mit rentenbeiträgen weißt du ja das ist diese sicherheit dieses sicherheitsdenken auch was ja viele menschen im verstand eben halt haben aber man kommt ja da nicht weiter und seinen traum kann man erst recht nicht erfüllen dadurch dann genau dieser weg wirkte aber eben erst mal solide auch insofern als dass alle sagten gehen und der weg des herzens also den der musik der wirkte erst mal bedrohlich und der wirkte erst mal gefährlich und dunkel und undurchsichtig und den zu gehen hat sehr viel mut gekostet und ich will einfach jeden animieren und inspirieren so geh den weg auch wenn er dich erst mal ins dunkle führt weil danach hat er mich ins ins land der unbegrenzten möglichkeiten führt ins auenland weißt du sondern da waren einfach ja es war wunder wunderschön und dann kam eben dieser krasse moment wie gesagt ich hatte diesen song gibt nicht auf 2004 geschrieben also zehn jahre vorher auf youtube mit paar hundert klicks also auf einem format wie youtube ja nichts eigentlich und dann hat mich eine plattenfirma entdeckt die diesen song im internet gesehen hat hat mich angerufen hat gesagt wir haben diesen song gehört gibt nicht auf wir würden sie gerne unter vertrag nehmen und unter tränen war ich am telefon das haben wir zum glück nicht gehört weil die liefen still aber ich war unfassbar berührt dass das leben mich so beschränkt kurz nachdem ich das angebot abgelehnt hatte mit dieser praxis und dann habe ich meinen ersten plattenvertrag bekommen und dann habe ich dieses album spirit schon fertig geschrieben gehabt ich hatte das schon in der schublade weil ich wusste ich muss meinen meinen beitrag vorher leisten also du kannst ja nicht erwarten bestseller autor zu werden und einen vertrag zu bekommen bevor du deinen bestseller nicht geschrieben hast und viele menschen unterliegen ja diesem glauben so bitte rette mich es muss jemand kommen und mich retten und dann dann leiste ich meinen beitrag anstatt zu sagen ich leiste meinen beitrag und dann kommt und dann habe ich mit diesem vertrag eben meinen ersten großen erfolg gehabt dann konnte ich meine stundenzahl als logopäde irgendwann kürzen von 40 auf 30 und dann auf 20 stunden und dann kann der nächste wichtige erkenntnisse zu verstehen dass ein plattenvertrag gar nicht so toll ist wie man denkt als 17 jähriger weil es natürlich auch eine form von gefängnis von goldenem käfig ist wenn dir jeder sagt wie deine musik vermarktet wird was du tun sollst und ich spürte es ist wieder an der zeit dem weg des herzens zu folgen und sich komplett zu befreien und eine eigene plattenfirma zu gründen und ein eigenes management eigene booking firma und das war wieder so dass um mich herum alle experten sagten macht es nicht endlich hast du einen plattenvertrag endlich ist es was du wolltest und ich spürte näher aber ehrlich mein herz sagt befreie dich weiter entfalte dich noch größer und dann habe ich entgegen wie alt warst du da wo du die plattenfirma gegründet hast weil das ist ja das ist ja interessant das war vor vier jahren vor vier jahren also bei diesen schritt zu gehen diesen mut zu haben an sich selber zu glauben und zu sagen ich fühle es und ich habe gott vertrauen ich habe so tiefes vertrauen ich weiß wenn ich das jetzt loslasse dann öffnet sich für mich die nächste tür in meine persönliche freiheit ja ich dachte mir halt immer wenn das universum mich schon so weit gebracht hat dann wäre es ja wirklich sinnwidrig wenn es jetzt nicht weiter funktioniert es muss ja weiter es gäbe ja sonst keinen sinn und dann habe ich das getan entgegen aller experten meinung und das war bis heute die beste entscheidung meines lebens weil das hat mich tatsächlich in die komplette freiheit geführt in die finanzielle unabhängigkeit aber eben auch in die komplette entfaltung meiner verwirklichung also ich kann seitdem wirklich tun was ich möchte wie ich es möchte und kann auch firmen projekte und andere dinge unterstützen wie ich es will also wenn jemanden kongress beispielsweise veranstaltet und sagt schau ich habe diesen song von dir gehört darf ich den verwenden ich bin mein eigener chef in allen bereichen kann sagen klar schenke ich dir hau rein und mit einer plattenfirma als kleines beispiel im hintergrund funktioniert sowas nicht so schnell da sitzen vier manager dazwischen und wenn dann kostet es viel geld und und das waren einfach dinge wo ich merkte das ist die qualität der alten welt alte zeitqualität die ich nicht mehr leben und supporten will ich will neue wege gehen ich will auch dass meine cds nicht auf amazon zu kaufen sind sondern bei mir weil ich will die neuen wege gehen die neuen werte verwirklichen und ich kann nur jedem empfehlen diesen mut immer und immer wieder aufzubringen weil es einen so unfassbar stark erfüllt und ich habe jetzt halt das große glück ich lebe meine berufung ich weiß wo mein platz ist und ich habe das große geschenk menschen einfach zu helfen ihren platz zu finden und letztendlich tue ich mit dem was ich mache nichts anderes ich zeige menschen wege wie sie zu sich finden können sie müssen halt die wege selber gehen ja und ich höre den soundtrack dazu und das ist so unglaublich schwierig also wir kennen das auch von uns wir haben jetzt mit diesem kongress eines unserer herzens projekte erfüllt weil wir einfach gesagt haben wir wollen viele viele wundervolle menschen eine plattform geben wo sie sich zeigen können wo sie sich ich sag mal präsentieren können wo sie einfach zeigen dass das es wert ist sich der herausforderung es ist eine herausforderung anzunehmen und bei sich selber hinzuschauen seine vision zu leben wirklich den weg des herzens zu gehen und nicht dabei aufzugeben und und wir haben hier so viele tolle experten mit dabei die diesen weg gehen und egal welcher in welchem bereich ist aber es ist so wichtig an sich selbst zu glauben und das ist so wie hast du es immer geschafft ich meine es gab ja auch mal höhen und tiefen die gibt es ja überall in diesen bereichen diese berg und talfahrt kennt ja jeder von uns wie hast du es immer wieder geschafft nur durch glauben durch meditation oder wieder hast du es immer wieder geschafft dich aus den tiefen heraus zu holen hattest du ja spezielle freunde familie wie auch immer wer hat dich dabei noch so mit unterstützen auch da im weg bekleidet der dir besonders am herzen legt es waren diese kleinen momente bestehend aus vielen einzelnen personen die teilweise auch gar nicht so nah bei mir standen es war ein konzert in dem jugendzentrum vor 15 jahren wo zwei menschen tränen in den augen hatten als sie die songs gehört haben und diese zwei menschen haben mich durch die nächsten zwei jahre getragen weil ich gespürt habe okay wenn es bei zwei menschen so tief geht und die so tief berührt dann funktioniert es auch bei 10.000 und dann ist es nur eine frage der zeit ich hatte mal eine zeile geschrieben auch vor 15 jahren die lautete ich weiß wer ich bin und ich weiß was ich kann ich weiß dass ich schaffe ich weiß bloß nicht wann und das war so mein 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 mantra das mich begleitet hat so ich weiß dass es funktionieren wird und ich habe halt auch gesehen dass so viel negativ geprägte musik so erfolgreich sein kann und ich dachte mir okay wenn so ein schrott erfolgreich sein kann dann kann man mit mit wirklich erbauender kraft spenden da hoch schwingender musik des mindestens das gleiche erreichen und dieser ja genau und und der gedanke hat mich getragen und und trägt mich bis heute immer und immer wieder und was mittlerweile die die große erkenntnis und die motivation ist und hier schließt sich der kreis zu dem was ich zu beginn sagte dass ich erkannt habe dass es leicht sein darf und das gerade in der westlichen welt und und auch gerade bei männern weil weil söhnke auch eben mit dabei ist es so wichtig zu sagen weil weil männer so oft vermittelt kriegen du musst hart arbeiten und das leben ist kein pony hof und geld verdienen muss schwer sein und das geld wächst nicht an bäumen und zeigt keine emotionen fang bloß nicht an zu weinen und zeich nicht dass du auch gefühle hast und und da bin ich ja ganz anders also da schon als kind habe ich war ich auch feinfühlig und da wurde ich dann auch aussortiert quasi weil ich eben halt anders war und nicht so laut wie die anderen die eben halt da vorne waren und dann ja also man merkt wirklich wenn man denn anders ist und man zeigt seine gefühle und und man kann auch man kann das man kann sich komplett wirklich zeigen wie man wie man wie man wie man ist aber man darf es eben halt in manchen situationen nicht so in dieser gesellschaft und das ist das das finde ich so schade oder man bekommt es suggeriert oder was auch immer gesagt wird ist doch egal was du arbeitest hauptsache du verdienst geld und fällt dem staat nicht auf die ist aber natürlich nicht den weg deiner seele wie viele menschen kennen das da draußen also ich habe das auch viele jahre gemacht bis ich ja auch meinen weg gefunden habe hier und das ist der war auch nicht immer einfach aber und dass wir uns durchsetzen auch als paar als heiler in der medizinischen welt ja es ist auch immer wieder herausforderung für uns kennst du ja auch sehr und du erkst ja an allen ecken an ja es ist ja wo man sich erstmal durchsetzen muss und wo man wirklich seinen mann stehen muss oder seine frau stehen muss ja und das ist wirklich wirklich bei sich zu sein und zu sagen so ich stehe zu dem was ich sage und dem was ich tue das ist ja wirklich das hat wirklich ist eine bereicherung auch für sich selbst ja und genau das war entschuldige wenn ich euch genau genau das war der game changer schlechthin in meinem leben zu erkennen dass das ein trugschluss ist also dass das eine riesen illusion war der ich unterlag dass ich erstens mich nicht zeigen darf ich bin weil das ist der grundsätzlich größte erfolg in meinem leben also die musik und alles was ich mache lebt ja von dieser authentischen sicht und den gelebten gefühlen und dass es leicht gehen darf und wirklich zu verstehen das was lehrer mir sagten okay wenn du einen einfachen weg gefunden hast diese aufgabe zu lösen dann muss der falsch sein dass das nicht mein problem war sondern dass das problem des lehrers war weil der sich in seinem kopf auf probleme fokussiert daran statt einfache lösungen zuzulassen um jetzt ein beispiel zu nennen und ich finde das so so schön und befreiend zu erkennen dass es in leichtigkeit fließen darf und dass wir in leichtigkeit auch in der größten kraft sind und wenn wir in unserer freude sind dann fließen wir in diese leichtigkeit und dann fließen wir eben wiederum in die größte kraft und das ist wie so ein gotteskreis statt teufelskreis also eine glücksspirale die sich weiter nach oben bewegt und ich spüre umso mehr menschen das akzeptieren und für ihr leben als wahr erachten umso leichter und schöner wird das gesamte zusammenleben auf diesem planeten weil wir dann verstehen wow wir dürfen durch hat man da entsteht weite da entsteht da entsteht raum und schon wenn wir darüber sprechen fühlen wir uns leichter und das ist das ist ja schon der beweis so befreiend das ist so befreiend wenn man über das reden kann was man möchte und was man gerne macht was man liebt und ja und auch mit menschen die dafür verständnis haben die einen auch so lassen wie sie sind und ich sage du da machst du was falsch du musst das und das und das machen wenn du da und dahin kommen willst ja automatisch in die liebe in die selbstliebe und globale liebe die wir brauchen ja und und wenn wir wirklich in unsere liebe sind dann ist es alles leicht denn ist es alles leicht ja und das ist ja das was du auch so schön gerade gesagt dass viele verbinden diese diese das leben dass alles so schwer ist und ja aber wenn ich meinen traum leben möchte das ist doch so schwer dann muss ich das und das und das aber noch das und das und das wie du gerade sagst genau dann wenn man es nämlich tut jetzt leicht einfach tun einfach tun ja genau und manchmal fragen mich menschen wie schaffst du das dass du motiviert bleibst bei dem was du tust dass du an dich glaubst also ich im letzten jahr habe ich ein album veröffentlicht ein buchen online kurs ich habe eine tour mit 50 konzerten gespielt und die leute sehen das und fragen wie kannst du das schaffen und das die frage besteht für mich nicht weil es für mich wie ein spiel ist also ich wie ein kind auf einem spielplatz wenn du sagst wenn du mir das wegnehmen würdest wäre es wie wenn du dem kind den ball wegnehmen würde also es besteht gar nicht die frage ob ich das schaffe oder was mich motiviert ich wache morgens um sieben auf und ich habe richtig bock soll ich wie ein fünfjähriger so ich will einfach aufstehen und machen so und das gefühl hatte ich nicht als ich im einzelhandel elf stunden gearbeitet habe da bin ich aufgewacht und auch nicht um sieben sondern lass es acht neun gewesen und dachte mir oh mein gott nein ich will nicht so und seit ich diesen diesen weg in mein herz und den flow der leichtigkeit verstanden und und angewandt habe habe ich jeden tag einfach freudenrausch so und das ist herrlich und deswegen will ich die menschen einladen das für sich auch zuzulassen hast du für dich auch wenn du jetzt so deine texte am texten bist und sowas hast du für dich da auch manchmal momente wo das nicht so fließt oder ist es bei dir wirklich es kommt du schreibst und wie sieht es bei dir aus mit dem fluss weil viele sagen immer dass das glaube ich nicht da müssen doch auch mal viele schriftsteller haben ja auch diese schreibblockaden und hin und her und ich denke immer wenn man irgendwas schreiben muss dann kommen diese blockaden aber wenn man gar nichts machen muss dann ist es im fluss wie siehst du das wie läuft es mit deinen texten du hast exakt die richtige antwort gerade selbst gegeben genau das ist das geheimnis ja also wenn ich mich entscheide ein album zu schreiben dann tue ich das nur aus freude so und und es gibt um das schön zu erklären es gibt jeder von uns lebt in vier körpern wenn du so willst also wir haben den den psychischen also den 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 emotionalen den mentalen im psychischen den physischen körper so und wenn ich jetzt in texte schreiben prozess bin dann bin ich im mentalen oder im spirituellen körper je nachdem wie du sehen willst also ich empfange vieles und im mentalen körper bringe ich sie in die reimstruktur und und bringe es auf den boden so und wenn ich jetzt mal merke ich habe da gerade keine lust zu dann muss ich es ja nicht machen wie du sagst ich habe ja keine deadline dadurch dass ich ja meine eigene plattenfirma absetzte ich ja selber fest was gemacht wird und dann gehe ich surfen weil dann gehe ich in den in den physischen körper oder dann gehe ich basketball spielen oder ich gehe in den wald und dann komme ich zurück und bin wieder voll in meiner kraft und dann habe ich ideen meistens habe ich die ideen schon beim surfen und was ich komme vom see und muss sofort schon ins handy tippen weil ich die ideen sprudel und so entsteht dieser naturgegebene flow und ich glaube eben dass wenn wir uns davon befreien dass wir dinge tun müssen und anfangen wieder zu lernen dass wir dinge dinge tun dürfen dann dann entsteht diese leichtigkeit immer und immer mehr und ich glaube wirklich dass wenn wir uns gewahr werden wir dürfen entscheiden dann gehen wir den ersten wichtigen schritt weil viele menschen auch wenn sie sich so ihr leben konstruiert haben der meinung sind sie sind gefangene in diesem labyrinth ja und das ist ja ein trugschluss du kannst ja jederzeit eine entscheidung treffen und dich befreien keiner von uns hat eine fessel am fuß mit einer steinkette oder was ist wie in so einem steinbruch früher mit so einer riesen metallkugel und kommt nicht weg du kannst deinen job kündigen du kannst dein umfeld verlassen du kannst wegziehen nicht um glücklich zu werden sondern wenn du spürst es zieht dich woanders hin weil du glücklich bist dann geht den weg und viele menschen trauen sich das nicht mehr weil sie nicht mehr bereit sind den preis zu bezahlen also weil sie wenn sie jetzt 40 oder 50 sind sagen so das ist doch jetzt ganz nett ich habe doch hier meinen rentenbeitrag ihr habt das vorhin so cool gesagt dieser glaubenssatz egal was du arbeitest hauptsache du verdienst geld aber da sind auch ängste bei der ängste und zweifel für den neubeginn für den neustart weil das ja wenn man denn ständig ich sag jetzt mal 40 jahre seinen job macht zum beispiel jetzt kaufmann sag ich jetzt 40 gibt es ja auch wenn die 40 jahre ihren job machen und dann dann sind die einfach dann so in ihrer in ihren sicherheitsdenken dass sie angst haben obwohl sie dann wenn sie dann wirklich sagen soll ich mache jetzt was neues ich mache jetzt das was mir wirklich wo ich wirklich verbrennen dass das dann nach der sein und dann noch von außen wird man ja auch noch manipuliert oh gott dann bleibe ich lieber da immer im hamster da bin ich dann sicher und im endeffekt spüren sie gar nicht wie sie wirklich gefangene ihres eigenen lebens sind also sie machen sich zu den eigenen gefangenen und kommen wirklich nicht aus sich heraus und gehen nicht den weg ihrer seele und das ist sie werden krank das ist dieses typische dass der körper schreit zuerst hat man hier schmerzen da hat man schmerzen und ich sag mal das ist dann die erste mahnung die zweite mahnung ist dann ein bisschen heftiger dann hat man vielleicht noch kollegen oder sonst die dritte mahnung da kommt schon fast der gerichtsvollzieher so ungefähr genau das ist es letztendlich ich spüre das im alltag oder habe das im alltag sehr deutlich an einem anzeichen gespürt das kann jeder da draußen herrlich überprüfen müdigkeit also sobald du im alltag müde bist und anfängst in deinem alltag immer häufiger müde zu werden so ist es ein sicheres zeichen dass du in dem moment nicht dem wahren traum folgt und das ist ganz easy zu verstehen und zu erkennen weil müdigkeit kannst du ja jederzeit wahrnehmen und ich kenne das gut als ich in alten berufsfeldern war war ich müde obwohl ich genug geschlafen hatte um 14 uhr um 16 uhr um 18 uhr und jetzt bin ich nicht mehr müde was ich bin einfach wach und angeknipst und um den menschen draußen tipp zu geben wie man auch nach 40 jahren wenn man in dem beruf ist sich selbst befreien sich neu erfinden kann mir persönlich helfen zwei bilder sehr stark und ich habe viele hunderte tausende menschen in seminaren begleitet diese zwei bilder helfen fast jedem entweder das eine oder das andere mehr das eine bild ist ich stelle mir mein zehnjähriges ich neben mir vor oder auch mein sechsjähriges ich so als wir in dem alter waren wussten wir dass unser leben als erwachsener cool sein und mit cool meine ich abenteuer lustig unabhängig frei pipi langstrumpf mäßig frech bild wunderbar und wir wussten vielleicht nicht was wir machen wollen wenn wir erwachsen sind aber wir wussten wenn ich mal groß bin dann wird mein leben bunt und und abenteuerlich und schön so und ich hatte das als ich diesen laden hatte damals da stand ich unter der dusche gefühlt und dieses kleine kind mein eigenes ich hat mich angeschaut und hat mich gefragt jeden morgen so echt jetzt ist das jetzt dein ernst soll das jetzt der weg sein ist doch scheiße so war doch nicht der plan ich habe diesen jungen damals also es war wirklich für mich ein aufschlag ich habe den wahrgenommen und habe ihm gesagt okay wir ändern das jetzt und habe den job gekündigt und ich stelle mir den immer vor neben mir und ich frage den immer bewusst bist du cool damit ist das in ordnung weil unter der verantwortung dass ich mein leben meinem früheren ich als kind gegenüber zu verantworten habe und zu sagen so ist das wirklich der plan gewesen hast du dir das so vorgestellt als wir zehn waren oder vielleicht auch nicht bei denen kannst du nicht verarschen also das ist der punkt wir können uns selbst so viel vormachen und können uns so viel einreden und so aber diesem kleinen jungen dem kann ich nichts vormachen weil der sagt sehr knapp nee das ist nicht das was ich mir vorgestellt habe lass mal lass mal anders machen lass mal bunter fröhlicher freier machen so dass das eine und das andere bild ist ich stelle mich auf dem sterbebett vor so und ich bin mit 114 in meiner visualisierung auf meinem sterbebett sehr glücklich sehr zufrieden 114 war mein alter ich werde 114 jahre ja und der hintergrund dazu ist ja ganz logischer ich habe als logopäde ganz ganz viele in alten heimen pflegeheimen reha kliniken gearbeitet und da habe ich viele patienten mit 80 90 auch mit 100 getroffen und wenn du die gefragt hast so was was bedeuten sie oder was würden sie anders machen es kam immer ich hätte so gerne mehr gelebt nicht mehr getraut mich erhoben und eben auch mit 50 wenn wenn jemand 80 90 ist dann sagt als ich 50 war dachte ich könnte nicht mehr hätte ich doch mit 50 noch mal angefangen und dann erkennst du auch wenn du jetzt eben 50 bist dass das überhaupt kein alter ist wo man nicht mehr anfangen kann das ist ein bisschen schluss ist und ich habe von so vielen patienten mit tränen in den augen berichtet bekommen so das allerwichtigste wäre gewesen dass ich mich trau meinen träumen leben ein zu hauchen und die meisten also die meisten bereuen nicht wirklich was sie getan haben sondern viel eher was sie nicht getan haben so wir kennen das phänomen und mir hilft dieser gedanke einfach sehr die verantwortung meinem 114 jährigen ich gegenüber und meinem sechs bis zehnjährigen ich gegenüber weiß und die schauen mich dann beide an der eine rechts der andere links und sagen so hey mach bitte so dass wir zufrieden sind dass der kleine genauso zufrieden ist wie der große der ältere und es gibt eben dieses schöne bild von von dem amerikanischen coach et elett heißt er und er sagte so schön irgendwann mal wenn du auf deinem sterbebett liegst werden sich die geister deiner ungelebten talente und visionen erheben und sie werden dich anschauen und werden sagen hey du hättest uns leben einhauchen können und jetzt werden wir gehen mit dir weil du dich nicht getraut hast uns leben einzuhauchen und diese verantwortung die erzeugt für mich gänsehaut der ehrfurcht und der demut um die entscheidung jeden tag zu treffen und und keinen tag schlaf zu wandeln und schlaf wandeln durch mein leben zu gehen und zu sagen ja morgen und jetzt ist halt so scheiß system scheiß politiker das ist nicht der plan sondern zu sagen ich bin hier um jetzt meinen träumen leben einzuhauchen und um dieser vision leben also auch um den kleinen und den 114 jährigen stolz zu machen und eben nicht dann mit mit 100 zu sagen ach hätte ich doch oder meinem urenkel sagen zu müssen weiß ich hatte mal einen traum aber ich habe ihn nicht umgesetzt sondern zu sagen ich habe alles gemacht alles versucht und ich glaube auch dann können wir loslassen dann können wir wirklich gehen dann können wir mit einem lächeln einschlafen und sterben und sagen hey ich habe es gelockt das hat richtig spaß gemacht high five an alle und schau das ist so toll das ist einfach nur du sprichst uns aus dem herzen weil wir sind gerade dabei also mein mann ist mittel 40 ich werde nächstes jahr 50 und wir haben jetzt so wir sind durch viele krisen gegangen haben jetzt so diesen umbruch auch wo wir sagen es muss sich was verändern und wir haben wir machen zwar jobs die uns auch spaß machen auf der einen seite aber auf der anderen seite spüren wir auch dass wir nicht wirklich den weg unserer seele gehen also wirklich raus zu gehen eine plattform für menschen zu geben wir haben vor kinderschutz und tierschutzorganisationen zu gründen also wir haben viel vor und wir unterstützen auch schon ganz viele aber wir haben gesagt nein ich will das selber leben ich will das selber machen ich will das vor ort machen ich will ein heim für tiere gründen wir haben schon ganz viele tiere die wir aufgenommen haben und es war uns so unglaublich wichtig zu sagen nee wir gehen jetzt hier unseren weg weil wenn wir es nicht jetzt machen und wir sind alt und wir liegen irgendwann auf dem sterbebett oder ich habe vor kurzem noch zu meinem mann gesagt hat sie habe ich noch gesagt du stell dir mal vor du bist 80 und denkt dann mal zurück wo möchtest du stehen oder wie möchtest du auf dein leben zurück blicken und das ist es da wollen wir nicht da wollen wir nicht liegen ja das hätten wir machen können das hätten wir machen können das ganz genau sagen das haben wir gemacht und das haben wir gemacht und das haben wir gemacht und das haben wir gelebt das wollen wir sagen ja und das ist einfach so so wundervoll und sich dessen bewusst zu werden und deswegen sind deine botschaften auch in deinen liedern in deinen texten so unglaublich wichtig die du halt einfach den menschen vermittelt weil sie gehen in die tiefe sie berühren tief und das allerwichtigste sie regen wirklich zum nachdenken an die leute fangen an sich selbst zu hinterfragen wie viele menschen also das ist jetzt noch so eine frage von uns wie viele menschen begegnen dir die durch dich angefangen haben sich zu hinterfragen oder wie viel feedback bekommst du da von diesen du machst ja auch online kurse kannst du mal noch kurz was über deine online also den online kurs erzählen das das würde auch noch mal die kongress teilnehmer die dich noch nicht so kennen wirklich interessieren ja also das sind unfassbar viele die uns erreichen also an e mails meine ich und ja allein die youtube klicks sind wie sechseinhalb millionen mittlerweile und wir bekommen täglich 500 e mails also es ist wirklich enorm auch wenn ich die die kanäle zusammen rechne also von von facebook instagram e mails uns erreicht so so viel und nur schön also wir bekommen nur liebe und die menschen sagen auch du hast mich in den tiefsten momenten getragen und mir gezeigt wie ich gehen kann wo der weg ist das schöne ist eben dass du leute eben aus der tiefe abholen kannst und ihnen eben auch aus der dunkelheit ein licht zeigen kannst aber wenn die leute in der entfaltung sind eben auch diesen ja wie ich sagte den soundtrack zur entfaltung liefern kannst dass sie einfach so in diesem prozess der entfaltung eben auch noch musik haben die sie begleiten können und das ist das schöne ja und diese entfaltung ist genau das stichpunkt oder der stichpunkt zum zum online kurs der heißt entfalte dich und ich habe in den letzten sechs jahren insgesamt fünf große seminare kreiert mit denen wir deutschland oder in drei ländern deutschland österreich schweizweit auf tour waren und viele menschen können daher nicht hinkommen weil die großen städte vielleicht nicht für alle erreichbar sind und dann haben wir festgestellt kommen wir machen alles in einen riesen kurs und das ist dann eben eine schatzkiste geworden die heißt entfalte dich sie um schatzkiste und da sind alle kurse den ich je gemacht habe alle meditationen alle visualisierungen alle alle tipps alle übungen und das schöne war für mich eben auch der anspruch dass man ein ding macht in dem alles steckt was ich weiß und was ich mitgeben will weil du hättest daraus ja fünf kurse machen können und geschäftlich betrachtet sagen können wir verkaufen die in fünf stufen und die kosten alle so und so und ich dachte mir das scheiße das macht das ist auch so altes ding so marketing mäßig den leuten irgendwie sachen verkaufen müssen und ich fand es halt cool einfach zu sagen hier kauft ist und du hast alles was was du von meiner seite aus brauchst so und wenn man sich das anschauen will auf meiner homepage kann man einfach auf geschenke in die schatzkiste klicken und dann kriegt man sechs videos gratis mit meditation mit meinen lieblingsübungen und danach kann man sich überlegen ob einem das gefällt und das finde ich eben auch schön dass man einfach ganz viel schenkt und das ist ja auch mein podcast und meine musik videos auch alles das ist ganz ganz toll also das wurde uns damals also ich finde es großartig dass du genau das machst weil das ist auch so wie wie wir angefangen haben wir gesagt haben wir haben auch ein kanal und wer wir gehen wir schenken den leuten unser wissen weil uns das ganz ganz wichtig ist wir wollen dafür nichts haben wir schenken ihnen unser wissen und die können uns jederzeit erreichen wir sind einfach dafür da und diese diese liebe wie du so schön gesagt hast diese wundervollen mails die dann kommen die wieder zurückkommen ich sage wer liebe aussendet der bekommt so unglaublich viel liebe zurück und es ist ein riesen riesen großes geschenk und uns wurde auch damals gesagt nein macht nur ein spezifischen kongress weil hier viele das macht nur weiter kannst du aus dem thema kongress machen aus dem aus dem oder sage ich nein das fühlt sich nicht richtig an das fühlt sich nicht gut an das ist ganzheitlich körper geist und seele gehören zusammen wir machen das ganzheitlich und so und wir machen nicht viele sondern wir werden auch klar noch mal irgendwann kongress machen aber es geht uns darum dass diese ganzheitlichkeit einfach da ist dass man sich da wohl fühlt dass man es sich angucken kann und dass wir unser wissen mit vielen vielen anderen experten den menschen zur verfügung stellen und das ist so unglaublich dass jeder seine seine botschaft den anderen teilt und gerade mit menschen gerade den zuschauern so wie jetzt bei deine deine botschaft die unglaublich brillant ist die den zuschauern wirklich ja viel die richtig ins herz geht also das ist ja das ist genau das genau das was die menschen brauchen da draußen wir alle als globale gemeinschaft du hast da hinten die blume des lebens toll willst du uns vielleicht ganz kurz noch was zu deinem banner sagen wie das entstanden ist weil das ist so unglaublich also ich mein blick geht immer wieder dahin und ich finde es ist so hammer kraftvoll so unglaublich wow ja ja also das spezielle ist ich kippe das mal ein bisschen man sieht das jetzt hier schon ganz schön das ist mein name dieses logo hier ist es schon mal jemand sieht es jetzt also man man müsste jetzt mein logo auf der homepage sieht man es auch noch mal besser ist es ja dann das e ja und das m und es ist eine mischung aus fernöstlicher arabischer indischer und gotischer kaligrafie die haben wir selbst kreiert und wir wollten einfach dass alle kaligrafie formen der kulturen in einem symbol vereint sind dass also alle kulturen zu einem symbol zusammen fließen hier oben fließt es um aus den buchstaben seitlich die balance und innen noch das auge umrandet von der blume des lebens die in dem fall hier blüht mit passions blüht man sieht sie an dem hoodie auch noch mal und die passions blüht sie stehen für den glauben und die blume soll sich entfalten deswegen hat sie kein geschlossenen kreis sondern blüht und wenn ich euch ein bisschen kippt das ist also ein alter tempel aus indien und der lebt jetzt sozusagen durch diese logos und darf uns hier begleiten im gespräch genau vielen vielen dank was würdest du jetzt so zum schluss des interviews den menschen unseren kongress teilnehmern noch mit auf den weg geben also so ja vom herzen weil ja was würdest du denen noch so auf den weg geben also die die schönste möglichkeit und ich sagte es oft und werde nicht müde das immer öfters noch mal zu sagen die schönste möglichkeit ist immer im alltag bei sich und in seinem umfeld in der umgebung direkt zu beginnen und das ist eins meiner lieblingssätze von tadeus golas er sagt liebe so viel du kannst von da aus wo du auch immer sein magst und ich finde es so wichtig dass wir da wo wir sind beginnen und nicht sagen man müsste mal und man sollte mal und gerade in der jetzigen zeit auch in dieser krise und in dieser in dieser großen spaltung in der ambivalenz der meinungen egal um was es geht also wir erleben gerade sehr viel spaltung da draußen ja es ist es ist so wichtig dass wir bei uns beginnen unser herz zu öffnen und menschen darin einzuschließen und dafür habe ich eine schöne übung die ich jeden tag praktiziere und die ich kurz teilen möchte ja gerne wenn du rausgehst und du nimmst menschen war die vielleicht traurig böse verbittert wütend zornig aussehen und die werden im umfeld öfters mal welche begegnen also die eintrittskarten zum paradies laufen alle da draußen rum das fantastisch und dann dann stell dir vor wenn du sie siehst wie sich ihr gesicht auf einen schlag aufhält jede augen zu leuchten beginnen ihre mundwinkel hoch sind wie alles in ihnen strahlt weil sich all ihre ihre seelen wünsche oder all ihre potenziale erfüllt haben das bedeutet sie sie sind in finanzielle fülle sie sind vollkommen gesund sie leben das leben ihrer träume sind selbst verwirklicht leben die beziehung ihrer träume sie sind rundum erfüllt und deswegen leuchten und strahlen sie so und wenn du das daraus mal ausprobierst und ein bisschen übst weil lieben kann man trainieren wie auch das dann wirst du feststellen du brauchst nicht lang du kannst dir das in drei bis fünf sekunden vorstellen wie sich ein versteinertes gesicht erhält du stellst dir vor wie würde dieses gesicht aussehen wenn es jetzt strahlen würde und das kannst du vor allem bei all den menschen daraus machen die du sonst vielleicht ablehnst weil wir ja oft dazu neigen zu sagen okay die nette omi am straßenland die die nett lächelt so die die ist cool also die weiße die die hat es verdient dass ich ihr lächeln schenke aber der skinhead auf keinen fall und der punker auch auf keinen fall und der verändern und verbessern wir die welt nicht weil gerade die die so böse gucken die vielleicht gefährlich aussehen genau und die brauchen unsere liebe die brauchen das lächeln und die brauchen die wünsche die wir ihnen schicken dringender als die omi die eh schon lächelt weil die ist ja schon am start genau und deshalb ist das meine lieblingsübung weil du sie jeden tag direkt in deinem umfeld praktizieren kannst an der supermarktkasse im fahrstuhl an den orten wo es wichtig ist sechs uhr morgens in der u-bahn am montag da ist es wichtig da lebt spiritualität nicht nicht nur im retreat wenn wir alle meditieren am sonntag unter uns sozusagen sondern da wo das leben stattfindet und dabei ist man eben befreit von vorwürfen und von anklage sondern du sagst ich ich schenke dir die liebe die ich mir schenken möchte und wie wir natürlich wissen wenn wir diese übung jeden tag praktizieren dann segnen wir menschen wenn du christlich bist dann ist es so wie wenn du sagst gott beschütze dich möge frieden mit dir sein das ist ja exakt das gleiche so und das ist ein uraltes prinzip das jetzt praktisch nur noch mal modern verpackt gerade erklärt wurde aber wenn wir das tun dann fließt alles zu uns zurück wir senden die gedanken die bilder die gefühle aus diese wünsche kommen alle zu uns zurück und sie transformieren unser leben und das leben um uns herum und deswegen empfehle ich das jeden tag zu üben und man kann es morgen früh beginnen und man kann es ab jetzt jeden tag machen mit mit einem beginnend und sagt jeden tag segne ich einen menschen und wenn ich es geschafft habe dann drei und dann fünf und irgendwann check ich dass ich fast alle um mich herum damit ein höre und dann verändern wir die welt zu dem ort der sie werden wird und das ist schön das ist so schön das ging gerade ganz ganz tief ja ich glaube du merkst du ich komme aus meinem grinsen heute kann nicht mehr raus weil ich finde das auch das ist eine ganz tolle ja das ist unser energiefeld hier also das ist wirklich eine ganz hohe energie eine ganz hohe frequenz wo wir uns befinden das finde ich damit wirklich ganz ganz vielen menschen heute ja ich sag mal ich glaube mit zur herzöffnung geholfen bei vielen menschen einfach da ist das herz zu da ist es verschlossen und es ist so unglaublich wichtig wieder die herzen der menschen zu erreichen und sei es durch ein lächeln durch liebevolle worte durch eine nette geste durch eine tolle energie durch hilfe oder durch wundervolle texte oder einfach nur durch dann sein durch deine anwesenheit die strahlt und wir danken dir von ganzem ganzem herzen für dieses wundervolle interview vielen vielen das war so toll also ich freue mich wenn das bin ja wenn wir das den kongress teilnehmen wenn ihr das jetzt alle hier seht ja seid ihr mitten im flow kommt rein und ich wünsche jedem der sich das hier anguckt dass er auch wirklich drin bleibt bitte bleibt drin wirklich lebt das leben wirklich was für euch bestimmt ist was euch gut tut und was euch nährt das ist ganz ganz wichtig vielen herzlichen dank vielen vielen dank dank dankeschön war mir eine freude so wir verabschieden uns jetzt und ja bis zum nächsten mal ja also wir machen noch einen kongress im nächsten jahr auch noch mal ganzheitlichen kongress und ja vielen vielen dank und vielleicht sehen wir dich da auch ja noch mal gerne ja tschüss 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 vielen Dankeschön content im�ären im 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 im